Am Sonntag um 18 Uhr gibt es die tollsten Accessoires für Hunde. Das hier sind Fressnäpfe, die gibt es einmal in weiß und in schwarz, jeweils mit einem silbernen. Oder 18 Uhr, QVC2 mit Bellomania. Bis gleich! Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Ich bin an Dini Mitra. Toll, dass Sie eingeschaltet haben bei QVC2. Lange Rede, kurzer Sinn. Season Sale, was anderes muss ich gar nicht sagen. Ich hoffe, Sie haben den Telefonhörer parat. Wir haben mega Ersparnisse. Taschen und Accessoires reduziert, Ende nie. Die geringste Ersparnis sind 30% Reduktion. Bis 57% Ihre Lieblings-Accessoires, Ihre Lieblingsmarken, Kipling, Tom. Wir haben Strandfallen, wir haben alles, was das Herz begehrt. Drei Stunden lang, kleine, große, bunte, lederne Taschen. Also wirklich, bitteschön, bleiben Sie bei uns. So günstig kriegen Sie das einfach überhaupt nicht mehr in diesem Jahr. So viele schöne Taschen. Und wir haben die beste Beratung, wie man sich vorstellen kann. Andrea Lebeck, toll, dass du da bist. Freue mich. Textilingenieurin. Wir sind beide wirklich vom Fach und liebe gute Verarbeitung. Ich komme aus dem Handwerk, du bist Textilingenieurin. Wir legen jetzt los. Also, meine Damen und Herren, es geht los mit dem Season Sale. Wir fangen direkt an mit Kipling. Das ist sowieso einnötig ablenkt. Also, weniger Hui, aber dafür ganz viel Schick. Ja. Also, Sie haben damit wirklich eine Tasche, an der Sie sehr viel, sehr große Freude haben werden. Weil ich finde das immer so schön. Wenn ich Qualität in der Hand habe, dann spüre ich das sofort. Ich auch. Und das bringt einfach Spaß. Diese kleine Tasche hat wirklich ein angenehmes Gewicht. Das liegt daran, dass alle Materialien, sei es das Nylon, sei es das Leder, sei es Reißverschlüsse, auch das Futter und die Magneten natürlich, die sind so top verarbeitet. Und das Schöne ist eben, und das habe ich bei meiner Ausbildung als Schneiderin eben auch gelernt, Bei unseren Taschen und wir haben hier ein Portemonnaie. Man kann immer ein zweites, drittes, viertes Portemonnaie gebrauchen. Ja. Das ist wirklich so. Also, mein normales Portemonnaie, das ich bei mir habe, tagsüber zum Shoppen, das kann ich unmöglich abends mitnehmen. Und da sind meine ganzen Hunde, Fressnapf, irgendwas. So, genau. Stadtbücherei, Marken dabei und irgendwelche Karten für den Friseur oder für den Espresso, irgendwelche Sammelkarten. So, genau. Also, das platzt aus allen Nähten. Das kann ich unmöglich abends mitnehmen. Und dann braucht man einfach so etwas Kleines, Feines oder auch für den Urlaub, also für Special Events und vielleicht auch manchmal nur so ein Portemonnaie mit dabei. Ist auch schick. So ist es. Also, wir können uns schon mal ruhig lösen von all diesen Dingen, die wir normalerweise in unseren großen Geldzeugen haben. Wäre ja schön, wenn in meinem Portemonnaie Kreditkarten ohne Ende sind. Nee, das ist der ganze Tüdelkram rundherum. Ja, ja. Überall kann man Punkte sammeln und dann diese Wertbons auf den Rast stecken. Also, ich sammle auch viel, aber nichtsdestotrotz, und meine Freundin hatte wirklich recht, indem sie sagte, Andrea, bitte kauf dir auch mal ein kleines Portemonnaie. Du wirst es brauchen. Der war schön, auch bei dir. Ja. Das ist, ich finde das wirklich schön, einerseits ist es, das ist The Sack, auch zum ersten Mal so günstig. Und auch hier passt sie komischerweise total gut. Unbedingt, Nadine. Unbedingt. Ich bin komplett... Wie mache ich das nur? Ganz toll. Kann alle Taschen brauchen. Ich bin natürlich auch zu meiner Farbe. Aber ganz genau, ob ich zu meinen Eltern fahre, ob ich meine Kinder besuche, ob ich einfach mal ein Wochenende so für mich wegfahre. Und ich mag diese Koffer, die so schön rollen. 360 Grad rollen. Das heißt, guck mal, mit Leichtigkeit kannst du durch jede, durch jeden Bahnwagon, durch jeden Bus, ne? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du immer mit dem Koffer stecken bleibst. Und du hast hier wirklich einen super leichten Trolley. Du hast einen, der ins Handgepäck geht. Ist ja auch wichtig. Nicht, dass die sagen, dann beim Einstecken, tut mir leid, die müssen so aufgeben. Nein, der geht mit, ja, der geht mit ins Handgepäck. Und der ist bei diesem, bei allem, was so schön ist, bei diesem Strandfang-Logo, bei diesen Rücksblendern, bei diesen Deckel drin, viele Möglichkeiten auch. Und da auch nochmal, ne? Ja, für die Socken, für die Wäsche. Und hier für so schöne, delikate Kleidungsstücke, Seidenbluse oder was auch immer. Ich hatte letztes am Flughafen einen Herrn vor mir, der natürlich beim Security-Check seine Tasche einmal auspacken musste. Oh, das ist ja immer, da offenbart man sich ja, ne? Zuallererst fiel seine Unterwäsche allen entgegen. Ehrlich? Ja, ja. Und das passiert hier natürlich, das war ihm sehr peinlich. Ich fand es halt sehr lustig. Aber das kann eben schon mal passieren, wenn man halt nicht so gut unterwegs ist, mit so einem schönen Koffer. Da passt ja auch echt was rein. Und auch hier, muss ich sagen, die Qualität der Reißverschlüsse, die laufen. Ja, die laufen. Die laufen, ne? Die färken nicht. Ganz genau. Ob das jetzt dieser Rundum-Reißverschluss ist oder ob du diesen Reißverschluss hast mit dem Mesh-Futter, Einsteckfächer, hier nochmal Gurt. Da würde mein Kater unheimlich gerne drin schlafen, ne? Ja. Hütter sich so als Nestchen. Sofort. Sofort. Ich muss nur irgendeinen Koffer aufmachen. Oder der Welpe auch. Fort drin. Ja, da würde er dran rumkauen. So, was haben wir denn da? Da haben wir auch nochmal ein ganz niedliches... Schönes Schloss. Mit Schleswig. Mit Schleswig. Ach Gott, das ist süß. Gold. Gold. Ich zeige Ihnen das gerade mal. Schauen Sie sich das mal bitte an. Das ist der Schloss jetzt vorne im Deckel eben auch nochmal. Da können die ganzen Magazine rein. So mache ich das auch. Wenn man die in der Handtasche hat, dann schleppt man sich ja nur wirklich zu Tode. Genau. Schön. Finde ich sehr, sehr wertig sieht das auch aus. Und robust. Und robust und abwischbar. Genau. Den kannst du komplett abwischen. Da geht kein Schum von knapp 120 Euro. Ja. Also fast die Hälfte. Und ein Koffer, der wie gesagt 3,9 Kilo wiegt, den merkst du gar nicht. Den rollst du so mit dir mit. Bitte schön. Hat auch wirklich eine schöne Höhe. Ja, der ist nicht so... Der erschlägt dich nicht. Nee. Und trotzdem, sie wundern sich, was in so einen Koffer reingeht. Da passt einiges rein. Ja. Ja, ja. Da passt einiges rein. Und eben auch so ein schönes nordisches Blau. Wortlich reisen, das ist schon eine ganz feine Geschichte. So, wir haben hier für Sie... Meine Damen und Herren, vielleicht haben Sie Fragen an uns Moderatoren, an die Gäste. Vielleicht wollen Sie etwas wissen über QVC. Alles, was Sie schon immer wissen wollten, aber nie zu fragen gewagt haben, steht in unserem Insider. Sie sind dann auch Insider. Sie wissen, was abgeht hinter den Kulissen bei QVC. Sie erfahren Interessantes auch über die Moderatoren zum Beispiel. Wir haben hier meine Kollegin Miriam, die hat mit großen Feiern kommen. Wie präpariert man sich denn da? Oder was hat QVC in petto, um Ihnen das Ganze zu erleichtern und zu verschönen? Dann Make-up, ein großes Make-up-Special. Da hatte ich Ihnen ja eben schon von erzählt. Mit Miriam, mit meiner Kollegin, die seit so vielen Jahren einfach unsere Beauty-Make-up-Expertin ist. Und die hat ein Wissen, das können Sie sich ja auch zunutze machen. Wir haben zum Beispiel Genuss, Eissorten zum Verlieben, natürlich auch mit leckeren Rezepten. Und alles zu unseren Tagesangeboten. Also brandheiße Neuigkeiten und coole Klassiker. Sie sind die Ersten, die erfahren, was passiert nächsten Monat oder in diesem Monat bei QVC. Und das eben alles steht im Insider. Also, wenn Sie Lust haben, dazu zu gehören, zum Inner Circle, dann machen wir da. So, und wir haben, ja der Insider, der würde jetzt auch knapp hier reinpassen. Wir haben die schönsten Taschen für Sie im Season Sale. Ihre Lieblingsmarken. Und das in zwei absolut angesagten, zeitlosen, trotzdem zeitlosen Farben. Ja, natürlich. Jetzt für den Sommer Gold. Gold mit Weiß, Gold mit Kaki. Marania ist aktuell bereit. Ach so, okay. Steht hier wieder großartig. Ich finde das nicht witzig. Also, meine Mutter liegt aufgegriffen. Tolle Größe. Und wie gesagt, jetzt auch zu so einem schicken und edlen Spitzenoberteil. Und das Tolle ist, Andrea, du hast das ja kombiniert mit einer ganz sportlichen Hose, in Kaki. Ja, Kaki. Also, ich gehe doch mal zur Seite. Ich gehe mal zur Seite. Dein Outfit, das müssen Sie sich jetzt einfach nur als Idee, wie Sie das Ganze kombinieren. Könnte ich machen. Also, Sie haben hier so ein edlen Spitzenoberteil, dann aber so eine Kali-Hose, also ganz sportlich. Und das dann mit diesem Designer-Rucksack, da sind Sie edel und schick unterwegs. Ganz genau. Wollte ich Ihnen nur mal zeigen, wie das stimmt. Andrea Lebeck macht es möglich. Die Tasche macht es möglich. Das ist es ja. Ja, deswegen bist du ja hier. Du hast ja auch tolle Ideen und das muss man dann ja auch mal zeigen. Ganz schlicht ist die, aber dennoch ist die auch wieder so ein It-Piece. Ist einfach ein Statement, die Tasche. Die nehme ich auch abends mit, wenn ich ausgehe. Ja, absolut. Ich werde darauf angesprochen, mit Sicherheit. Dafür laufen Sie sich auch nicht die Füße platt in der Fußgängerzone. Genau. Müssen keinen Parkplatz suchen. Sie sitzen wohltemperiert zu Hause auf dem Sofa. Richtig. Wie herrlich ist das? Toll. Wir machen den Rest für Sie. Ja. Ist auch süß. Guck mal. Du kannst ja jetzt, wenn du sagst, das ist mir zufällig im Sommer. Denn so. Und dann Kaki-Farben. Mein Naturfarbton. Braun dazu. Gelb dazu. Alles. Das ist so ein wärmerer Ton. Das Silber ist ein bisschen kühler. Und der Bronzeton. Silber Metallic ist weg. Ist weg. Futschi. Kato. B-E-C-H. Weg. Ja, so ist das eben. Also wir haben hier Spaß bringt, denn die Outlet-Preise manchmal auch zum ersten Mal so günstig. Ja, das bringt einfach Spaß zum Einkaufen. Ja. Dann mach's. Jetzt haben wir aber mal einen Hingucker für Sie. Also. Wow. Hier geht's ab. Ja. Wirklich wahr. Daniel Nicole, zu Opa gehst, ins Museum gehst und du hast ansonsten ganz schlichte Kleidung zu ihrem und zu deinem Oberall übrigens auch toll und brauchst einen Hingucker. Du brauchst einfach so einen Eyecatcher und hast diese schöne, das ist ja wie eine Schatulle gearbeitete Tasche mit diesen beiden Händen, mit der Rose. Übrigens auch für alle Herren, die ihrer Liebsten. Ja. Wirklich wahr. Ja, ist so. Und dann All You Can Eat und Sie sind nicht dabei. Das geht nicht. Nee. Ja, ist doch so. Ist doch so. Und dann lieber so eine Tasche. Ich finde die ja auch herrlich. Die ist ja für Sie. Ja, die ist die. Das ist schon einfach. Das ist Nandini. Nandini-Begg. Das ist einfach meine. Ja. Das soll so sein. Die anderen beiden Farben sind edel. Zurückhaltend. Die ist sie jetzt. Ich kenne sie auch gerne. Wow. Wir haben da ja noch ein paar von. Kann man alle haben. Das ist auch ein bisschen begrenzt, ne? Ja. Schlange Lila ist ein bisschen begrenzt. Schlange Lila stimmt. Und mein Rosé Gold auch. Das ist ein tolles Schatz. Also auch hier einfach eine tolle Größe. Mini und so süß. Und ich finde das ja auch schön. Das war so ein Henkel. War ja ehemals nur Männerhandtaschen vorbehalten. Richtig. Haha. Aber wir Frauen. Genau. Das ist ja wichtig. Ja. Da 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 da. Genau. In der Vorstellung. In der Elfphilharmonie. Naja. Das ist mir noch nicht hier. Ja. Und jetzt schauen Sie mal. Also das wirkt. Da muss man an Kleid jetzt gar nichts Opulentes anziehen. Die Tasche, die wirkt. Die Tasche wirkt. Du hast das kleine Schwarze. Du schrägst jetzt diesen schönen. Kleine Rote. Frallfarbene. Genau. Von Jette ist es glaube ich also richtig. Tschüss dich. Tschüss.